ich habe jetzt relativ viel angepflanzt jetzt habe ich hier noch was frei und bin ja ab jetzt kann ich ja mal eigentlich mal meinen färben leser voll machen macht das macht das jetzt kann ich nämlich auch säbelzahntiger und bären ich habe verschlissen die stiefel also berglöwen und bären noch mal genug davon geht nicht soll ich einen leeren einkaufswagen kaufen ja bitte dann stelle ich dann bei dir einfach vor der hütte du hast nur einkaufswagen toll und was ist da drin nix aber es ist ein einkaufswagen also von daher ist schon mal viel wert ja wäre schon ein traum also verstehe ich verstehe ich könnte steck mit kartoffeln kaufen brauchst du noch pilz spuren oder sowas nenne wir sind eigentlich wenn ich das richtig sehe perfekt in der kartoffeln sehen halt auch aus wie irgend so einen stein ja was hast du eigentlich bei diesen ganzen spiel die frage ging und war es noch war es doch vom land leben gespielt ja was hast du da drinnen weiß aber so ein interesser vom land leben ich habe ich sehe sehr viel besser als unsere eigentlich nur verdreifacht er nur nur verdreifacht er eigentlich nur verdreifacht er also kasse den dritten skills das wollte ich noch wissen ja ich habe den ausgespielt ja das wollte ich noch wissen kaufen wir den scheiß irgendwie sonst hat er nichts also bis auf das motorrad aber da habe ich jetzt echt nicht so viel gelblich weil ich hatte die kartoffeln gehandelt gehabt weil ich wissen wollte wie weit ich blöd mache oder minus mache weil ich noch nichts drin ist das gilt was da ordentlich minus selbst mit dem maxi maßgeld kann es sein dass du plus minus 0 rauskommt ok wenn du natürlich mehrere pflanzen hast dann hast du locker plus aber ansonsten was los warte dich auf geht zu steinen warum warum eigentlich ich hab's geschafft irgendwie mal auf das dach du kannst in das haus da oben rein gehen muss bloß boah gute skills beim springen dabei haben da oben hast du halt auch noch blut und sowas aber du kommst leider nicht zu ihm runter weil die luke ist verschlossen kannst du dich leider nicht neben ihn stellen ja kannst du dich leider nicht einfach so neben ihn stellen so ich würde sagen aber jetzt fahren wir wirklich mal nach hause es ist auch sehr spät wir müssen los woher pizza kommt ganz kurz noch nuden wünschen dazu voraus wünschen würde es über fahr es los das kann nicht gespräch werden das ist schade ich sehe ein fahrzeug wenn du nicht gewesen dass ich hätte den einkaufswagen bestimmt haben was ach so was wirklich mit der armbrust ich hab's jetzt einfach mal probiert das wäre mir zu anstrengend ich gebe mal was schönes auto oh ein sandwitsch immerhin wir brauchen die dinger ja ja ich wollte nicht so dann mit mal hier und her verkehrssicherheit und so straßen bitte freiräumen da händisch noch eisenpfeile da eisenpfeilzen ja äh noch über 200 35 habe ich noch so quer fällt ein ja ne oh ne da muss ich abbiegen das sind drei autos ach wüsste sind wir schön mit autos auseinandernehmen ok korrigiere 4 ein blaues kopie da hat dreckige lappen in sich drin gehabt ich hab noch 200 beide auf jeden fall hab noch 2 kisten voll was kann man eigentlich mal wegschmeißen jetzt Papiergeld äh die wird schon auf dem nicht kaufen falls das Papier was komisches übrig bleibt ach so was zu essen da äh ja ich hatte was gekauft extra also ich kann dir was geben ich weiß noch zwei ich jetzt zwei zurück weil ich bin jetzt nicht mein Wohl äh wo essen sollte man vielleicht auch da mal ganz kurz danke es sollte ja ein bisschen mehr geben das bringt ordentlich mit sich an wegen nur so der Chefkoch da irgendwann mal loslegen oh 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 naja wächst genau das kann ich nicht beeinflussen warum nicht oh ne die haben Vögel was kannst du überhaupt das ist ne gute berechtigte Fahrt ich kann gehen oh ah nice ich kann fahren da steht die und spring vorher noch alles in die luft natürlich klar ach so ach so erstmal erstmal rein looten mein Mopper fällt Metall fettern raus äh haben wir ja auch schon Wind bekommen und nicht herstellen oh war dummer ein Gedanke ich überfahre denn schon die ganze Zeit nennennennennennennennennennenn ist kein Mopping Leute nein nennennennennennennennennennennennennennennennennennennnennenn der ich würde sagen wir machen mal erhälter viel aus der externen hühnschnell viel aus der welt wir sollten auch in hause Ich bin ja auch der Meinung, ich hatte meine Hüte schon komplett überfahren, aber das finde ich schon gerade irgendwo. Aber ich hab wohl in der Bischof jedenfalls weg. Oh. Sicherheitshalber, tanken wir nochmal ganz kurz nach. Oh, und los geht's. Gibt es eigentlich eine Straße hier in der Nähe? Mhm. Gibt es. Wir müssen eh hier rum. Ich folge dir. Ich glaube am besten. Ah, das sehe ich schon. Alter, eine Suppe. Ich sehe kaum ein Tatsu vor mir. Ja. Tatsu, verlass mich nicht. Nein, geh nicht. Tatsu. Tatsu, da verschwindet er. Im Nebel. Ne, da herfahren. Machst du mit dem Mikro zu schmuse? Ja, erstmal Licht einschalten dazu. So eigentlich Fernlicht an. Ja, Mau. Ich sehe nichts. Bei mir ist es aber gar nicht so möglich. Bei mir ist es aber gar nicht so möglich wie bei dir, na? Das Mau habe ab selbst ich gehört. Ja, manchmal kann er laut werden. Das klingt schon fast nur putzig. Also ich finde es nicht erstaunlich. Du, ja, Mau. Oh. Eigentlich ist es wirklich nur noch aus der Straße folgen. Gibt Lichthuber. Ne, ne, ne. Ja, ne, gut. Das war keine Lichthuber, aber es war eine Huber. Ja. Das war ein guter Versuch dazu. Wie gesagt. Ach, der Nebel ist weg. Bei mir ist es mal überhaupt nicht nebelgrößer. Also ein bisschen nebel, aber nicht so heftig wie bei dir. Das siehst du nix mehr, du. Ja, ich hab's gesehen bei dir. Bei mir war's nicht so schlimm. Gut, ich hab aber auch die Grafiko bitte hoch eingestellt. So. Na, 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 na. Oh! Ja, ich nicht. Ne, ne. Ne, müsste Tag 30, müsste der Lut wieder da sein. Was hat eigentlich unser Händler? Hat da noch irgendwas Gutes dazu? Wie unser Händler? Der hier? Ja, Händler 1. Das will ich jetzt nicht. Ich hab's noch nicht geguckt. Okay, fahr mal klein mal vorbei. Noch mal neugierig. Liegt hier auf dem Weg. Könnt man ihn noch hinkriegen vor 22? Definitiv. In der Kletter. Was? Dieser Baum mitten auf der Straße, ne? Immer wieder faszinierend. Ja. Schon, gib mal Stoff, Motorrad. Einziger. Irgendwie, du musst schon dein... Bitte mal deinen Schwanz von dein Haus nehmen, sonst kann ich die nicht bewegen. Oder du gehst, das ist auch eine Alternative. Wer? Nein. Oh Gott. Ey. Sag mal, geh mal los hier. Schopst der einfach. Hä? Wer? Du. Genau gesehen. Du hast die geschopft. Hab ich gar nicht. Kannst du nur dazu? Ich hab nichts gemerkt. Oh, der hat Bewegungssensoren. Genau das hab ich gesucht. Sehr gut. Der hat zwei Bewegungssensoren. Hol ich gleich mal. Sehr gut. Oh, wir haben eine Blade-Batarie für Autos. Wir haben sogar zwei Blade-Bataries. Also, der Blaupause wäre aber lieber gewesen. Und der hätte einen Generator. Ich glaube, das ist auch nicht verkehrt. Genau, hat auch die verkehrt. Ich will sein Auto auseinandernehmen. If you break it, you buy it. Was? Warum? Weiß nicht. Achso. Blut. Blut halt einfach. Was ist denn Zucker hindern? Oh, die muss ich kaufen. Tattoo Mist. Warum? Wir handeln bloß 10%. Bitte was? Ja. War... Ich glaube, der ist sehr einsam. Bergbauertrag 20% oben. Nerdtads. Stromflächenschadenradius 1,2. What the hell? Warum auch immer. Hält 5 Minuten. Und der wäre ein Bauplan für Robotik-Drohne Medizin nutzt. Ja... Das Lustige ist halt, dieses Handeln hält 10 Minuten lang. Als ob du 10 Minuten lang handelst. Also, das sind ganz schön lange Verhandlungen. Ja. Ach komm, wir kaufen's. No refunds. Deal's done. Now beat it, fucker. Zucker hindern klingt halt einfach gut. Muss mal kaufen. Kannste machen nix. Watch yourself, stranger. I know some fellas who break legs for coin. Uh, der hat auf vier Klingen fallen, ne? Uh. Uh. Schwierig, schwierig. Also, ich muss erst mal wieder Geld sparen. Ich hab nur noch aufgerundet 5.000. Das ist nichts. Ja, aber wie kannst du den Rob... Robotik kann bisher noch keiner von uns bauen, oder sowas, ne? Auf jeden Fall nicht, weil das ist die letzte Stufe. Wenn du den Bauplan gelernt hast, kannst du das bauen. Ja, aber das ist doch nur, äh... Und den Rest halt nicht. Medizin-Mod. Das ist ja nur die Mod. Bring dir ja nix. Du hast ja trotzdem die Drohne... Ah, das war nur die Mod. Okay, okay. Ja. Okay. Ich hab gerade zweimal überlegt, aber... Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Genau, sehe ich genauso. Ja. Ja, hm, 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 hm. Was haben wir denn hier? Äh, Maismehl. Brauchen wir das? Kann nur herstellen. Ja, ja, ich hab gerade überlegt, ob ich es verkaufe. Mein Rientar. Ach, nee. Ist nur eine selbst gebaute Pistole wieder. Ach, come on! Wollte ich rot spielen, ja alles Stufe 5 Wenn da was ordentlich ist Spare Stufe 1 Nehmen wir gleich Granaten einfach Für die Nacht Hanserbrechende 7mm Munition Ja, das fühl ich Hm, ein Schockstab Stufe 3 11,5 Nahkampfschaden Meine Spitzack hat mehr Meine Spitzack hat mehr Es hupt Okay, selbst der Eisenspeer hat mehr Ja Bevor er uns hier zurücksetzt Räuten wir uns dann doch mal vom Ackermann So, also so wirklich was Schönes hat er nicht gehabt Machen wir uns mal eine Hauze Wir müssen da ein bisschen was bauen Ich glaube, da könnte ich ja noch ein bisschen Holz mitnehmen Boa, glaube ich, da war es so, schön Ich würde auf einmal Wir müssen da sein, was wir sehen Und wer nicht in der Regel Das wäre so schön Ich bin der Begelebt Nein, das wäre so schön Aber da würde ich ich bin schon wieder hungrig wer macht denn hier den grafen schon hin ja da bin ich auch so ach du hast du mal unsere straße ordentlich ich weiß nicht wie nix fühle ich nicht mehr näher sieht nicht schön aus die bäne sehen cool aus die sind auf jeden fall gefällt mir schon irgendwie noch so ein holz fahrt jetzt keine hohle innen war warum auch das ist doch dreck meistens nicht unbedingt man natürlich die hälfte von draußen vergessen egal wir sortieren mal ganz kurz ein sammelkiste rein da und da war es noch pünktlich zu hause angekommen ich habe zwei kraft gekauft ach so ja das ist dann was anderes wie war das mit immer zuhören und so was manchmal ist es halt näher das alter ich gehe zum motorrad ringen so naja ja hab ich gesagt ähm da brauchen wir eh plus das ja gut also braucht plus 260 minuten hast du jetzt halt läuft ist ja fast fertig quasi gibt es hier eine stelle wo du überhaupt noch nicht gegraben hast ja folge doch einfach dem normalen weg da welchen normalen weg der normale weg ist für mich hier gerade aus und da ist überall graben da draußen da draußen da draußen los wir gehen raus wir bauen mal ganz kurz weg dazu kommt nicht klar da draußen ähm was ist denn für dich der normale weg für mich ist der normale weg geradeaus so durch da hast du das Loch gebuddelt du hast du das Loch gebuddelt ähm da sind wir da geschossen hallo meine Freunde du hast hier nichts zu suchen an diesem Haus wir sind hier in Amerika ja kannst du er hat ne Shotgun in der Hand ja ok ja gut ja ok ist in Ordnung ich wollte nicht weiter diskutieren er erklärt sich von selbst äh alter wieviel XP kriegt man denn bitteschön nur weil ich so nen scheiß Block aufwerte ja ja 3600 XP gerade gemacht wegen ein paar Blöcken ey der wirds gerade u ist ist durchaus krass mhm 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 o pfl ähm das war ganz falsch gesetzt na gut dann machen wir das glaube ich auch mal bis zu Tim gut dann baue ich das halt nicht alles um ist ja kein Problem ja 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 Was passiert eigentlich, wenn ich das mache? Ah, das funktioniert aber nicht. Na gut, funktioniert also nicht alles mit dem Gebietsbock. Gut, dann gehen wir mit weg. Ich muss mal bitte schnell wechseln, ich brauche was zu essen. Ja, schön wär's. Ich glaube, man soll mit Pflanzen reden. Ich glaube, das kann gut sein. Okay, liebe, liebe, liebe Maispflanzen, kannst du bitte jetzt wachsen? Ah, ich hasse, wenn hier irgendwo so ein Stück dummes Holz ist. Funktioniert nicht. Ich weiß nicht, warum ich das alles planieren will und zubetonieren möchte. Natur. Kannst du auch machen. Wieder werde ich. Ist das hier ein, es gibt ja, da wo Wiese war, gibt's dann keine Wiese mehr. Natürlich, wir brauchen ja nur so'n Scheiß. Also bist du bitte. So, bist du denn mit Wiese? So, jetzt hab ich jetzt etwas für you gesetzt. Es dauert bei mir eh noch, also. So schnell bin ich nicht da. Ich? Hat er schon dazu. Hat er es mehr? Naja, ich brauche bestimmt mindestens 20 Minuten. Sehr schade. Der Papa ist noch schnell auf dem Meter. So, ich muss, äh, muss man eben weg. So. Als der nachher noch da sein, äh, vielleicht bis klar nachher, wenn es doch zu spät wird, und wir hören, ja, so bis 23, wie gesagt. Ja, aber ob ich da noch mache? Ja, das ist dann ja noch eine Frage. Okay. Bis dahin. Jo. Wenn ich das jetzt nicht alles wieder weg machen... ...weil natürlich noch so was zu... Nein, da war es gerade! Jaaah! Momentum, sowieso. Ist es egal? Das kommt da rüber, aber der andere sonst noch Fernsehen soll. Wie cool ist das da? Hm... Vorhin hatte ich noch ein bisschen Leben. Das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich angefangen habe umzupuddeln. Da geht es nicht rum? Ja. Das war's. Oh Gott, das war's. Das hat kein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Oh mein, was ich wieder? Das ist ein Problem. Oh mein Gott, das ist ein Problem. Oh mein, das ist ein Problem. Oh mein, das ist ein Problem. Jetzt muss ich doch mal gucken, was haben wir dafür genutzt? Was haben wir dafür genutzt? Große Frage aller Fragen Was ist das da? Achso Fortgeschritten drehen bitte, danke Die eigentlich auch nicht geht Dann kann ich ja zu Gott was machen, was ich vorhabe So, hey, wir haben es geschafft, wir haben eine Röhre Ich bin ja begeistert Nice Hat 80 Millionen Jahre gedauert Hauptsache ist es fertig Ja, das ist dieses typische halt Ne, er findet die richtigen Glocke dafür Aber, ja, sieht ganz akzeptabel aus Zubauen Und hier muss man was einfallen Wie haben wir das hier zubauen? Und das hier passt alles Mal hier erstmal weitermachen Wobei, nee, wir wollten ja eh bloß bisher her Mh Ja, kann ich zeig gleich, dass ich die erste abkomme Jaa, nein, weiß nicht so Ich mache das Paz. ein bisschen weit aber wird es fack ist dieses bausystem muss halt wirklich ganz genau gucken was du für eine stock hast ich finde halt es gibt diese standard rampe wo du halt einen halben block und einen ganzen block hast also oft hast du immer zwei mal ein und dann gibt es eine rampe die ist aber vier mal eins und die finde ich sehr angenehm aber zu dieser rampe gibt es keine seiten blöcke oder keine dass du sagst du kannst das irgendwie um die ecke machen oder sonst irgendwie gibt es nicht hab alles durchgeguckt das ist genauso dass die base ja da ist das gewölbe da drin frage mich hör auf ach nicht das ist das eine haut mit dem anderen nicht hin und so weiter und ja das ist klar man hat sich zeit gespart aber man hätte ja schon zu sehen können dass es überall eine möglichkeit gibt ja dass die halt miteinander kompatibel sind dass du sagst okay hey komm okay diese blöcke die schneiden halt alle entweder bei der hälfte eben ab ne 50 50 aber das eine zum beispiel das ist eigentlich wie eine art lüftungsschacht ja und wenn du zwei teile habe ich in der base drinnen reingebaut ne weil ich dachte hey komm den einen ofen kann das lüftungsschacht so ne sieht ganz cool aus ja der eine lüftungsschacht ist halt kein halben block oder ist ein halben block und der andere lüftungsschacht da drüber ist der ist halt nicht 0,5 sondern 0,65 oder sowas also du hast halt ein paar pixel und das sieht halt einfach scheiße aus muss man nicht verstehen ich meine keine ahnung ob das jetzt alles nur die form sind die die auch selbst verwendet haben kann ich mir fast nicht vorstellen weil bei manchen gebäuden ist definitiv noch mehr vorhanden aber naja aber gut das spiel zielt halt nicht darauf abzubauen das sehe ich nicht ein ich bin blöcke bauen und den bunker bauen fertig was wollte ich ja wer will denn einen viereckigen bunker einfach gut wir haben den viereckigen bunker aber selbst den haben wir ja einigermaßen gebaut ja gibt es eigentlich auch gute oh naja wir nehmen das was wir kriegen ja deswegen irgendwie das beste draus machen aber aber glaub mir das geht mir gerade bei infektet nicht viel anders ja infektet geht sogar so weit nicht dass ich einige blöcke also gerade bodenplatten wenn du das richtig anstellst also als blaupause kannst du die übereinander lappen lassen also dass sie nicht im gleichen raster sind sondern die überschneiden sich teilweise sogar über fast 60 prozent überschneiden sich dort easy going also was habe ich gemacht damit es rund aussieht ich habe ein achteck gebaut macht sinn sieht echt schön aus finde ich auch sehr toll und ich dachte mir hey komm wird sieht vielleicht am ende aus wie so eine pagode aber egal brauchst du das dach genauso nein nein da dürfen sich blaupausen nicht überschneiden also zumindest nicht auf der untersten ebene eine ebene war da oben drüber geht es wieder da funktioniert das irgendwie gerade so weil die sich wahrscheinlich nur 40 prozent überschneiden oder so aber unten nö nö muss ich mir irgendwas einfallen lassen um das zu kompensieren damit die lücke geschlossen ist aber das ist strange wo ich mir denke alter ich war kurz vor dem ausrasten ja manchmal sind die bausysteme im spiel wenn welche vorhanden sind irgendwie komisch ja das ist dann so richtig abfuck weil du mal so eine geile idee hast du denkst ach komm sieht so mega aus genau so baust du das ist es ja wenn du schon bauen kannst und möglichkeiten hast ja also dann würdest du auch bauen ja ich wollte eigentlich auch nur eine laupe und jetzt naja ja das ist aber es ist halt die möglichkeit hast und das halt auch mal schön zu bauen und richtig dieses mehrwert weil sonst kann ich auch gefühlt hier das andere so weit wie spiel auch bauen machen aber du hast halt hier einfach du kannst die gesamte welt umgraben theoretisch und ja die ganze welt aber besser in der früheren version hatten wir eine welt da war ich auch gerade nicht in der wüste sondern dieses andere dieses dieses verbrannte gebiet ach so ja und mitten neben der straße war plötzlich ein großes loch also lass das loch mal zwanzig mal zehn blöcke oder so gewesen sein das ging bis nach unten aber es gab kein bedrock also ging komplett durch ich dachte so er hat ein chunk nicht geladen oder sowas ne aber nein das war immer so egal wie oft wir dort vorbei gefahren sind oder sowas war immer so das war's train manche dinge sind auch sehr merkwürdig ja so hier muss ich mir wie gesagt hat noch was einfallen lassen für unsere kleine brücke hier und das hier soll wie gesagt alles noch graben werden phoenix ich glaube du hast da jemanden an deiner haustür du hast ein anderes problem da kommt eine ganze wurde gerade zu dir eins zwei drei vier fünf sechs sieben leute oder auch mehr wir wollen alle zu deiner haustür läuft also ich glaube sieben die nacht machen wir bei deinem haus oder läuft anscheinend gerade ganz gut ja klar das ist der einzige eigentlich doch relativ schnell noch aber schön wir machen wir xp läuft 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 ja so meine damen und herren genauso geht das halt lästige besucher abwehren folge 27 das war jetzt easy hat zwar ein bisschen meine treppe gelitten aber deswegen baue ich ja so einen riesigen radius hier ringsherum damit man die halt wirklich auch bei weitem sieht das ist ja der eigentliche plan dass du eigentlich von der base aus dann ringsherum alles schön im blick hast ist der einzige grund warum ich mir so die mühe mache mit den ganzen steinen hier okay ich brauche aber ansonsten hätte ja der graben und die base in der mitte gereicht aber irgendwie nö ja man könnte es halt wirklich einfach und schlicht halten und funktionell ja aber es ist ja irgendwie das ist nicht meine art wenn ich die möglichkeit habe in einem spiel zu bauen dann ja baue ich halt es ist immer so eine mischung aus ein kleines bisschen übertrieben darf sein ja also das was ich als kleines bisschen an sie es muss aber irgendwo schön sein und es muss funktionell sein und das alles unter einem hut zu bringen ist halt manchmal nicht immer so einfach das ist so das einzige anstrengende und eine gewisse symmetrie und ich bin zufrieden genau es muss halt es muss einfach perfekt sein genau als gut zumindest ja wenn du dann halt so diese möglichkeiten hast du so viele verschiedene elemente hast die du benutzen kannst und was zu bauen das ist halt auch mega geil aber wenn die halt dann irgendwie nicht ineinander übergehen und das alles weiß ich nicht wie kacke aussieht na gut die sind in einer fucking apokalypse da darf das auch mal schäbisch aussehen aber ja ich weiß nicht so wie das jetzt das könnte jetzt mal problematisch werden kriege ich das irgendwie design hab ich da was nein da war wieder so ein da hau ab du wie das gucken wir haben wir noch irgendwo heutz das ist ja perfekt oh mein gott das ist ja perfekt guck mal irgendeine krass hier alles mal gekommen es funktioniert nur was ich hätte jetzt gedacht dass ich das nicht aber ich könnte das dach tatsächlich nach außen hin abschließen lassen oh nice also ich finde es halt auch lustig es gibt so blöcke ne die sind halt wirklich so nur ein pixel aber in diesen radios darfst du nichts anderes mehr setzen ja ja und eigentlich hatte dieses spiel ein äh ne hast du ja ne schwerkraft wenn du jetzt aber so einen pfosten nimmst kannst du an den pfosten den weiteren pfosten ran bauen und die haben den abstand vom pfosten im block genau das ist und es hält obwohl es nicht halten dürfte ja also manchmal ist die mechanik hinter dieser diesen so ganzen ganz merkwürdig ja ich meine grotes kann mir auch vorstellen dass es dann schwierig ist das zu berechnen ja wenn da halt so eine theoretische oder eine sichtbare lücke ist ja zum beispiel bei lampen haben sie die berechnung komplett weggelassen also wenn du die ja lampen fliegen ja was ich mir auch schon überlegt habe ob wir das uns zu nutzen machen rein theoretisch weiß ich nicht wie sehr du es ausreißen kannst könntest du eine fliegende festung bauen kannst du tatsächlich also du kannst das das ist möglich du brauchst halt nur durchweg als grundlage immer eine lampe also es gibt möglichkeiten tatsächlich sich unantastbar zu machen ja das problem ist bloß wie kommst du selber hoch das ist es halt ne du kommst da nicht hoch weil du kannst nichts in der luft platzieren du müsstest halt dann irgendwas dran befestigen und da können die zombies halt auch alle hoch ja oder du hast halt immer ähm paar einfache äh rahmen dabei ja richtig wenn du die rahmen sind easy aha ich dachte ich hätte ja alles weg gemacht wo ist denn hier noch holz das ist ja keins mehr unnötig dass so ein block dann dadurch verschwendet wird schade ich brauch nen alten block da ok wie kriege ich jetzt das hin dass der oben ist äh er gedrückt halten und dann unten advanced also fortgeschrittenes drehen ach ja das dauert manchmal ein bisschen äh es gibt zwar auch dieses äh am gesicht nennt sich das hier aber irgendwie ist das richtig strange das äh funktioniert teilweise gar nicht das gleiche wie die zugbrücken ne die wir hier gesetzt haben ja du guckst nicht die zugbrücke an denn diese zugbrücke hat ja eine grundfläche von 5x7 und du guckst in das zentrum diese 5x7 und wenn du kein block da hast kannst du sie nicht setzen und du willst ja kein block haben das ist ja eine tuchbrücke also stimmt warum das was sie sich dabei gedacht haben ja das ist dann strange deswegen musste ich extra noch ein paar blöcke in die luft dort reinsetzen damit ich es danach die tuchbrücke dort hinsetzen konnte und dann die blöcke wieder abbauen und ein bisschen vermisse ich ja schon dieses typische ne metallrahmen setzen mit zement füllen und warten bis er ausgehärtet ist ne dass du das ein bisschen mit heimen musst dass dort ja kein zombie an deinen frisch gemachten stein ran rumkrabbelt weil er nichts aushält ja ein bisschen vermisse ich aber ich kann es verstehen weil es ist halt nicht nicht wirklich realistisch gewesen ich mein gut das system hier ist halt auch sehr sehr nice gemacht ne mit diesen wie gesagt die möglichkeiten die du hast und dass du halt jeden block egal ob es nur eine form ist dass du selber upgrade ist oder ob du halt gleich die blöcke draus machst ist alles sehr sehr geil ja für die upgrade ist es halt geil weil du sprachst ressourcen ja du musst nicht erst zu holz und zu stein nein du kannst sofort stein machen ja aber ansonsten ist halt ja spielt ja 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 ja